Dann wollen wir mal sehen, was hier so geht. Wir spielen gegen Syndra, so. Wir werden... Oh, das ist Warwick Support? Ist das ein Dill? Ich meine, im Late Game vielleicht. Maybe, 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 maybe. Warwick Support. Gut, also. Ja, wir haben Ude, mag ich gar nicht. Die haben Ivan. Ivan Strong. Wir haben kein AP Damage. Naja, vielleicht kann der Käsekaiser auf AP gehen. Soll ich sie fragen? Ich meine, der Punkt ist, die haben jetzt nicht so wirklich viele Armor-Leute. Kann ich Armor bauen, kann ein Armguard bauen, baut auch eigentlich keine Rüstung und könnte Rüstung bauen. Bis auf Irelia und Warwick baut eigentlich keine Rüstung. Soll ich sie fragen? Soll ich sie fragen? Ich frage mal den Käsekaiser einfach. Kaiser, kann man das noch machen? Bestimmt, oder? Kaiser, you wanna go some AP? Silvans streamst du Dienstagmorgens? Ja, Saha Mois. Silvans, bist du Dienstagmorgens hier? Grüß Gott gejagt. Wie geht's? Wie steht's? Wie steht's? Wie geht's? Sie haben versprochen, eine Kapuze haben wird. Naja, das mit Kapuze ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Hauptsache, das sieht gut aus. Und das hat gute Kromas, aber Kroma hat ja jeder Skin mittlerweile, oder? So, Leute. Komm, wir geben jetzt Gas. Das heißt, wir zu essen wie ein kleiner Gott, Leute. Wir werden richtig geil zu essen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir sie töten werden, weil sie halt Barriere hat. Aber wir werden richtig geil zu essen und ein richtig geiles Game abliefern. Ein richtig schönes, geiles, sahniges Game. Wir können schon mal ein bisschen Mana rein. Ja, okay, der eine Minion, das war der Pflicht-Minion. Aber ab jetzt, jetzt bin ich drin. Ja, also der noch. So, jetzt. Zwei Pflicht-Minions. Ab jetzt geht's, ich meine, man kann doch nicht, lass uns ehrlich sagen, man kann doch nicht immer alle haben. Komm, wir müssen ein anderes Mindset dranlegen. Nicht alle Minions, sondern mega viele Minions. Wow, mega viele, mega viele, schon ganz, schon besser. Mega viele Minions, wow. Das war mega viele Minions. Aber auch ein bisschen Damage machen. Ah, schade. Badadadada. Zap. Na ja, okay, nicht. Und jetzt. Ah, perfekt. Ah, okay, ist auch nicht. Na ja, na ja, na ja. Ja, optimal ist nicht, aber es ist okay. Sie verbraucht sehr viel Mana für das, was sie gerade gemacht hat. Also Level 1 Welt zu nutzen ist schon immer sehr teuer, muss man sagen. Wir müssen halt gucken, weil, na ja, Alvan kann ekelhaft sein. Na. Deswegen warden wir mal hier. Ein Ward. Da unten ist Alvan, das ist ein bisschen gefährlich. Aber sie wird jetzt gleich wieder auf die Lane kommen. Und sie verliert die Kanone, sehr gut. Wobei Kanonen ja nicht mehr so viel wert sind. Bruder, warum? Uh. Wieso? Ah. Aber vielleicht kann ich den Alvan mehr getten. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich nehme diesen Baum an. Ja, das ist halt, wenn du halt ein Baum bist. Das ist halt eine Birke. Birken. Ich habe voll das wichtige Wissen über Birken erlangt. Birken sind voll wichtig für uns. Ja, oder sie sind voll toll. Man kann aus Birkenrinde irgendwie Heilsalbe machen. Die für Wunden ist. Und man kann irgendwie Birkenrinde, kann man, das ist so eine Art wie Leder, kann man Klamotten raus machen. Birken? Ich glaube, Birken werden die nächsten Menschen auf unserem Planeten werden. Glaube ich. Bin ich mir fast sicher. Try coming a bit early? Ja, nee. Also, da nicht hinzugehen war schon, ne, ich meine, Alvan ist nicht so stark im Early Game, aber ich stand halt hier, er stand da und die waren beide dazwischen. Da reinzulaufen ist nicht so smart. So, jetzt kaufen wir das, jetzt kaufen wir das. Wir könnten auch mal, wir probieren mal was Neues Cooles aus. Also, was heißt neu und was heißt cool, aber wir spielen Impact Talon. Das heißt, wir haben jetzt, irgendwie habe ich voll den hohen Ping, holy shit, Alter. Ich merke das schon die ganze Zeit, der geht manchmal auf 80, 90 hoch. Äh, also wir haben jetzt halt kein Schaden, aber wir sind mega schnell auf der Map. Super schnell. Super schnell sind wir auf der Map unterwegs, du. Das heißt, wir können richtig viel Impact hier am Start bringen. Ist nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt. Darf ich danach ne Runde mitmachen? Also, man muss schon ein Date kaufen, ja. Sonst, boah, ich muss irgendwas gucken. Mein Ping, guck dir das an. Das geht auf 120, mein ich auch. Das ist schon Swayze. Richtig Swayze. So, gib, gib, gib. Okay, passt. Ich muss mal kurz gucken, ob ich noch irgendwas ausmachen kann. Liegt das an der Musik? Weiß ich nicht. Was kann ich ausmachen? Ausmachen. 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 Das ist aus. Stream ausmachen. Mehr geht nicht. Hast du denn auch Guardraker-Teilung gespielt? Ja, also Guardraker habe ich schon gespielt, aber das werde ich jetzt nicht spielen. Das werde ich jetzt nicht machen. So, das heißt, mit Movement Speed kommen wir natürlich auch besser an Sie ran. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Wir machen natürlich nicht so viel Schaden, klar. Aber, seht ihr? Wir kommen ran. Ist nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt. So, die Frage ist jetzt. Oh, Botland, Leute. Wir gehen jetzt für den Quick Botland-Rom. Zack. Botland sieht nämlich gerade sehr gut aus. Natürlich sehen die mich jetzt. Ist ein bisschen gefährlich, aber wenn die so Diebe am Fighten sind, dann werden die eh nicht da nicht mehr raus disengagen. Kaum. Eventuell möglich. Okay. Ja, ist aber immer noch nicht bad. Außerdem, ne, die sind immer noch am Fighten. Ich bin gleich da. Ich bin gebaut. Ich bin der Schnelltalon. Impektalon. Impektalonische Doppelklingung. Zack. Hast du noch was? Hast du noch was? Hast du noch was? Ja, ist ein bisschen lieb, ein bisschen sehr lieb, 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 lieb. Da gehe ich für. Renn, Kuh, Kuh, Renn Ja, der hätte früher weggehen sollen Auf meine Blutung trusten sollen Aber gut, ich stehe 3-0 Ist ein guter Deal So, und jetzt kaufen wir uns das Und dann kaufen wir uns das Und dann machen wir dies Und jetzt kaufen wir uns noch das Und dann Schön, 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 schön Was zeigt mir noch der beste Bild? Äh, ja, also, hm Weiß ich nicht Also ich bin ja, ich sag jetzt noch nicht Dass Talon ultra gut ist Ich weiß, ich muss noch ein bisschen testen Der letzte Waffe war aber, glaube ich, schon nicht schlecht Weil Wavecleer ist halt kacke Und du hast kein Tierarmad mehr so richtig und alles Und ja, so Ich denke, Prawler's Claw schon cool Prawler's Claw öffnet Prawler's Claw öffnet Die Möglichkeiten in der Lane Und das ist schon nicht verkehrt, I think Was hältst du von den Timebabs? Also wie gesagt, der W-Dinge war nicht verkehrt So können wir vielleicht oben was machen Ja, ja, ja Wir könnten mal gucken, ob wir Aiwander bisschen abfacke oder so Wir haben ja in der Mitte gecleared Das heißt, wir machen eine Wardney hier Zack, dann haben wir Jetzt können wir Es ist wahrscheinlich, dass sie hier gerade gewordet hat Weil sie so Aber vielleicht auch nicht Vielleicht auch nicht Guten Tag, guten Tag Shit Ja, shit Die hat ich gekillt, aber Naja, gut, ein Flash ist ein Flash Sagt man auch bei uns Dadsched Nooo, no, 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 naja Erste Level 6 Wir machen jetzt so und jetzt machen wir so Noooo Okay, cool, 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 cool Ja, es ist halt nur ein Supporter, Warwick, ne Kein爱, snare,stheer, Plan dahinter ist aber it's just a support warwick what do i do in the what it is so her damit her damit schmer damit hat er gestern den monamentlichen talon gott im game er war da 011 top lane hat eine führung gefeiert geil aber talon top lane ist halt auch naja ich sag mal why the tour does hit me in this range because of the power of friendship man nennt prawlers auch den spaltenden spalter er spaltet zuerst das gesäß des gegners auf und dann mehr schaden um zu machen ok 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 das klingt ein bisschen verstörend au da gucken wir mal hier weh und wie viel damage ja schon nett und ab level 9 one schotten wir die dann das ging vorher nicht immer so ich glaube jetzt sogar wenn du richtig am inten bist one schottest du die gegner so da kommt jetzt gleich irgendwas rüber die ist da oben jetzt kommt gleich was jetzt jetzt was dein ernst wird geprägt so gut ich würde sagen wir pushen durchgehen top lane sowas und planen sowas und will sowas in der idee plan deal und idee ausführung schmaus führung rein führung wir könnten natürlich so wir gucken mal kurz wir laufen erst nach hinten gucken oben gucken unten ja gehen wir mal nach oben ja talon gott x oder den beten wir passt auf der kommt mir jetzt hinterher weil er denkt dass sich und zack tschüss jetzt können wir noch mal kurz top lane helfen weil ich bin im pectalon der im pectische im paktonianer ich bin 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 schon mal drin free pot free pot free pot free pot ok 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 am besten laufen wir nahe dran für eine nachkampf führung und sie wird weg springen noch mal der alten boy zurück nein also ganz ehrlich der alte boy war eine richtige vase so wir helfen eine platte mitzunehmen weil er wird das alleine wahrscheinlich nicht mehr schaffen und er muss back shoppen wobei einfach gerade tot ist und die gefahr nicht so hoch ist aber leben ist wie das leben halt ist naja okay platte wird ja naja doch eine nehmen war hat sie teleport könnte sein ist gefährlich gerade für ihn für mich geht's ich bin talon ja also nee also der alte wo ich leute der war schon der sah richtig bad aus ohne skin und der war richtig bad also nie kommen so freu los glöss jetzt ready schön 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 und jetzt kommt noch jomo's verkauft man den pot denn mehr schwerter sind mehr schwerer den q bug von talon zu schnäppig wenn der mini stirbt geht die q trotzdem auf kohle und dachte ich gar nicht drauf nee sicher weiß ich nicht ich meine wir wie oft passierten das also wenn ich einen minuten geht der meistens nicht auf kohlen ist mir glaube ich noch nicht passiert oder also auf kohlen ja aber es ist ja reduziert na falls du das meint 50 prozent oder nicht ja so jetzt müsste ich auch die minions last last shot one shotten wir gehen noch mal für den gang in die wir pushen eine durch die kommt nämlich jetzt gleich und dann ja die alte poppy die war wirklich cool ich habe aber immer noch ping probleme leute so eine wem müsste die caster one shotten sehr schön guckt euch das an sahne jetzt können wir super schnell rom da ich meine ich bin 70 hier ist mein kontor und gut das heißt niemand weiß dass wir hier sind da ist wir könnten den alvarianer töten vielleicht wir warten erst mal weil hier unten ergibt sich gerade eh noch nichts deswegen können wir auch hier im warten noch ich bräuchte auf jeden fall das andere trinket noch naja jetzt der sohn einer mutter weil ja wo die das war schlecht ist was wir jetzt machen können ein richtiger hafensängerianer aber wir können jetzt hier unten vielleicht den wald weg abholen ob ich lieber sind riana haben würde oder miss fordsch wir warten noch mal kurz oh die machen ja okay dann bin ich hier so dann machen wir jetzt so und slip slipper die slipper die kommt ja aber ja naja gut hat dragon die bekommen naja na gut naja naja also ja was willst du machen leute what do you want to do red was damit mit den talen box ja weiß ich nicht habe ich jetzt nicht so richtig mitbekommen wenn ich ehrlich bin ja aber die alte fiora war richtig cool da hast du gedrückt und einfach eine giga shell in das gesicht des gegners gewalt hat ap ap poppy mit des feier das war was gibt es eigentlich wingwoman du meinst eine frau die dich unterstützt ja bestimmt wobei nach dem gesetz fsm frauen sind monster wird sie dich unterstützen und dir dann am ende deinen kerl weg schnappen ist bestimmt auch schon passiert öfters soll ich gehen noch mal für botland nehmen wir nehmen eine platte mit glaube ich eine platte und schnellen push das halt schon echt wichtig mit dem wave clear naja jetzt kommen die minions ich drücke hier einmal w zack sind die fernkämpfer schon mal tot das ist schon viel wert und jetzt können wir weg und gehen board land rein klar ich bin very big aber auch wo ich 1 6 war oder so war es immer noch ziemlich gut hallo makeup eine wingwoman können wir den oder ist das greedy ich glaube das geht weil aus klar q w auto tech und auto tech auto tech schön ich wollte nicht mehr wollten wollte ich nicht hätte ich machen können wäre vielleicht sicherer gewesen wingwoman für einen typ macht so ja das gibt es mit sicherheit auch für einen typen ich dachte für ein anderes girl ja wingwoman gibt es mit sicherheit doch wahrscheinlich sogar besser als ein wingman potenziell vielleicht hallo tollbart grüße so ein wort hier ich muss mehr wort wie viel kostet johmus 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 1 4 okay sind das irgendwo hier potenziell wir sind was in der mitte gut die sind beide oben einwand wird jetzt golems machen jetzt fängt er an die zu markieren und jetzt können wir rüber er hat sie nicht markiert sondern er hat sie einfach gekettet und jetzt heizt ok es macht es macht es macht es macht es macht es macht aber nicht smart genug brawlers hallo brawlers auto tech weg brawlers hat irgendwie geleckt oder was wir meinen pink vielleicht war es mein pink und und weg und gar nichts mehr und bisschen aufpassen ein bisschen aufpassen ja 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 und nein 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 okay das war ich hätte einfach warten sollen oder sparten so ich hätte warten ja weiß ich nicht wir haben jetzt aber johmus musik wöller voll rein so halon so broken ja so broken das auf reddit im video war das ein djinn eine talon old flashen konnte also die erste instanz ging raus und die zweite kam zu dem ort wo djinn war und er flash das einfach obwohl nicht funktioniert okay interessant interessant habe ich noch nicht gehört johmus ähm scheiße es ist kein johmus gut dass du sagst danke sieht aus wie johmus aber es ist ein fake johmus her was baue ich denn hier auch kann ich danke aber mir fehlen noch 40 das war ich jetzt hallo kari warten ja ich hätte vielleicht warten sollen aber mein ping leute der einzige grund warum ich gestorben bin zweimal ist der ping es ist der ping nimmt ich ich präsentiere euch diese entschuldigung und ihr müsst ihr bitte annehmen hier ist sie nehmt sie bitte an dddd kann das ja mal eine sehr nee so wichtig ist mir das jetzt nicht es gibt schon definitiv hier und da wachs das schreibe ich gar nicht ab ich habe jetzt selber noch nicht so viele gemerkt metall und jetzt also ich weiß auch nicht ob es ein bug ist aber manchmal ist es über wände springen halt super scheiße du stehst da vorne drückt die ganze zeit und dann macht er sowas hier das ist vielleicht auch eigenes fehlen aber manchmal ist vielleicht auch das passing einfach schlecht nice und prallers q w tot prallers ist schon cool weil du dadurch einfach einen nahkampf q hast wobei das springen halt irgendwie sich awkward anfühlt weil er ist wie so eine rakete er macht so und dann springt er los so das dauert der so als wenn er so so wie gallio so ein bisschen der bleibt erstmal kurz stehen und dann fliegt er los das fühlt sich akwart an akwart und hackwart so aber dann kannst du halt im nahkampf eine schöne q machen denn es gibt bestimmt noch viele andere coole kombos damit ultimate q aber schau mal mit ultimate prallers meine ich wenn man jetzt ultimate q macht wird man dann auch sichtbar wird man sich bei ultimate q nein oder muss man mal testen soll ich mal ich teste mal ich weiß ich mach das nie weil das eigentlich auch keine gute kombo ist aber hier und da wir probieren es mal aus jetzt kann ich über eine wand springen und sich war auch nicht und war ich jetzt sichtbar glaubt schon oder also bei prallers werde ich meine ich nicht und sichtbar im sprung aber jetzt gerade weil ich glaube ich sichtbar oder und und prallers 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 slip slip ok ja wie aber range ist glaube ich relativ gleich aber es ist halt langsamer es fühlt sich ein bisschen es fühlt sich nicht ganz so smooth an wenn wir ehrlich sind es ist glaube ich wenn es wirklich darauf ankommt nicht ganz so gut wie die q von talon weil es länger dauert also wenn du den schaden nicht brauchst und genug schaden hast ist macht wahrscheinlich mehr sinn mit q zu engelten ja hallo der kleine mann das ist ja P oikeチke ich habe es 300 ich habe Prawlers 3 jetzt Prawler ist aber okay Das aber, das hätte er besser spielen können Du musst erst Du rückst erst Q und dann Flash Jetzt habe ich Bock auf Alistar Weil er es so schlecht gespielt hat Erst Q, dann Flash Okay, da wäre ich aber auch dabei Bin aber relativ slow und days of the War Tone War hier einer? Habe ich das richtig? Wir könnten aber auch im Swatch und Diven Oh, hier war er doch wirklich einer So, erstmal was für einen Vision Squad tun Ja, Tiamat braucht man mit dem Bild, denke ich nicht mehr Beziehungsweise, was heißt mit dem Bild? Mit dem Buff Mit dem Buff auf Mann, ich habe schon wieder das Teil nicht dabei Das hier ist der beste Trick, ne? Die denken, ich bin weg Aber ich bin eigentlich da Ich bin weg Und, äh, okay, es sind nur noch die da Ich will nicht sterben, lass uns nicht dumm sein Das sieht aber cool aus Ja, es sieht schon cool aus, das stimmt Wenn man eine Tiamat W reinwirft Aber, naja Spielen wir cool oder spielen wir geil? Das ist ja ein Unterschied, ne? Sieht aber ganz gut aus Sein Black Cleaver, wie hat die hat Black Cleaver? 40 Boah, 40, ey 40 40 ist schon, das tut schon weh, ne? Muss man schon sagen, das tut schon weh Tut es Oh, lecker, frisch und super saftig Bomber Scheiße, hier war doch Miss Fortune irgendwo Dann haben wir mich sehen Okay Kurz warten, kurz warten, kurz braten Kurz, ne, ich bin raus Ah, 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 ah Mann, dieser scheiß Collector Aber ich glaube, ich wäre auch ohne gestorben, oder? Ah, es war dumm 1.000 Vielleicht sogar 4.000 Eigentlich wollte ich auch für Miss Fortune gehen Ich dachte, hier wäre Miss Fortune Dann habe ich nur noch den Baum gefunden Wann kommt Feindiger Kill? Ja, mit Talon kannst du keine Feindigen Kills machen Da braucht man viel Skill und Potenzial Talon ist ein bisschen schwerer als Master G hat Hallo Loli-chan, grüß Gott Ich will jetzt hier mal Talon, weil du es nicht machst, okay? Aber komm nachher nicht an Und sag, ja, Tobi, ich brauche Therapie, ich bin sad Naja, okay, doch, eine Therapie kannst du bei mir buchen Einfach auf Instagram Sagst du, ich hätte gerne eine Therapiestunde Oder 10 Dann gucke ich in meinen Kalender, wann ich für dich Zeit habe Und dann machen wir einen Termin aus, ja? Met, unsub and all time go to my jungle And this troll never helped Bueno, bueno Achso, soll ich mal wieder alle muten, Leute? Soll ich alle muten? Wenn ich das jetzt mache, zählt es auch für Wurzelt man für Forevergun Und Leute, erinnert mich, hier nach müssen wir auf Italienisch stellen Wo ist, äh, Chat Game Interface Voice Voice, Sound Master, Video Hotkeys, Interface Game Voice, Sound Video Game Interface doch bestimmt Also hier gibt es so viel, schau All Chat Das heißt, jetzt gibt es kein Chat mehr Bam Bam Ich meine, Chat ist manchmal schon lustig, ja Aber wir wollen ja jetzt wieder, wir kleiden jetzt noch Master hoch Wir machen jetzt die Master Attacken Kleidung Ahm, da will ich nicht rein Ich gehe aber rein Naja, ich bin doch wieder raus Es war nur ein Fake, Unfaker Au, 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 au So Okay, ich glaube ich heime mich erstmal, wir wollen nicht mehr so oft sterben Don't wanna die Ich würde aber natürlich gucken, ob ich helfen kann So ein bisschen, aber nur ein bisschen Nur ein bisschen Da, jetzt sind Weiß, ich bin jemand, der wirklich Ich bin sozial, ich bin ein sozialer League Spieler Für mich gab es da nichts zu holen Ich wollte nur helfen Und wäre fast dabei gestorben Das wäre bei Top 10 Saddest Märchen Openings dabei gewesen Openings und Endings Es war einmal Tobi und er ist gestorben Das rankt, natürlich ist das ranked Ja, italienisch bitte, Leute Wer mich gleich dran erinnert, italienisch Der kriegt einen guten Nudelstern Slip Slippidi, dippidi, dip So, wir müssen jetzt aber auch mal gucken, dass wir den, äh, Dil hier zumachen Den Topf Ah, Dil wurde zugemacht Den Topf auf den Deckel zu drücken Die Pfanne vom Herd zu nehmen Den Ofen ausheizen zu lassen Victory Victory